Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke sehr für die Einladung im Rahmen der Enneas Silvius Ringvorlesung vortragen zu dürfen. Deren diesjähriges Generalthema lautet ja Endlichkeit und Unendlichkeit und das sind tatsächlich Begriffe oder auch Kategorien oder sogar Konzepte, die den Kern kunsthistorischer Arbeit betreffen. Wie im Vortrag des geschätzten Kollegen Imhof geht es auch heute um Zahlen, um Jahreszahlen nämlich, aber vor allem um deren Überwindung. Die Kunstgeschichte lebt geradezu davon, Zahlen, Zäsuren zu setzen, also Endlichkeiten zu dekretieren. Der sogenannte Gänsemarsch der Stile, Sie sehen sie hier aufgereiht, ist das augenfälligste Beispiel dafür. Die Gotik etwa muss enden, damit die Renaissance beginnen kann und auch diese muss wieder vergehen, um dem Barock zu weichen und so weiter und so fort bis in unsere Gegenwart, wo sich der Stilhabitus oder weiter gefasst die Formen und Normen der Erscheinungsweise von bildender Kunst, wo sich diese einander wenigstens im Jahrzehnte Rhythmus ablösen. Georg Wilhelm Hegels am Beginn des 19. Jahrhunderts formuliertes Diktum vom Ende der Kunst, von deren Vergangensein, dieses Diktum war überhaupt die Voraussetzung dafür, dass die Kunstgeschichte sich als akademische, historische Disziplin ausgebildet hat. Trauer der Vollendung ist dieser hegelsche Gestus der Nachträglichkeit genannt worden. Schon Johann Joachim Winkelmann als Archäologe, so etwas wie der Gründungsvater auch der Kunstgeschichte, schon Winkelmann hatte den Untergang Griechenlands bereits an das Ende seiner Kunst geknüpft. Wenn nun Hegel Form und Inhalt auseinanderdriften und damit das Ende der Kunst einsetzen sah, so hat er die Kunstgeschichte doch nicht um ihren Gegenstand und uns alle auch nicht um die Moderne gebracht, im Gegenteil. Am Ende war das Ende der Kunst zugleich der Anfang ihrer nachträglichen Beschreibung. Während Hegel an der Berliner Universität das Ende der Kunst ausrief, wurde nebenan auf der Museumsinsel zugleich mit den großen Bauten zur Aufnahme der Kunst errichtet. Namentlich entstand das alte Museum von Karl Friedrich Schinkel. Mit dieser Historisierung der Kunst ging zunächst auch die Unterordnung der Kunstgeschichte unter die allgemeine Geschichtswissenschaft einher, also die Anwendung von deren Quellen kundlicher Methodik, unter anderem der Diplomatik. Und vielerorts hat sich die Kunstgeschichte aus dieser Umklammerung oder auch Subordination nicht befreit, bis heute. Die grundsätzliche Epochenunterteilung der europäischen Geschichte durch die Geschichtswissenschaft, also Altertum oder Antike, Mittelalter, Neuzeit und zuletzt Moderne, diese grundsätzliche Epochenunterteilung nimmt auch die Kunstgeschichte bis heute vor. Die entsprechende Zuweisung der Professuren etwa am Kunsthistorischen Seminar der Universität Basel ist dafür ein sprechender Ausdruck. Ältere Kunstgeschichte für das Mittelalter, Kunstgeschichte der frühen Neuzeit, neuere Kunstgeschichte, das heißt Moderne. Und doch hat sich zur selben Zeit, als Hegel das Vergangensein der Kunst deklariert hat, auch die Bestrebung geregt, die Kunst zu entzeitlichen. Karl Friedrich von Rumor, Kunsthistoriograf, zugleich aber auch Künstler, Maler und Schriftsteller, ist ihr erster Exponent. In seiner Figur überschneiden sich ästhetische und historische Kunstgeschichte. Von Rumor suchte in der Kunst ein zusammenhängendes, gleichsam ein organisches Ganzes zu erkennen. Und Franz Kugler, erster Kunsthistoriker an der Berliner Universität und unter anderem auch der Lehrer Jakob Burgherz. Und Kugler sekundierte ihm, wenn er im Jahr 1833 ausrief, Zitat, wahrhaftig, die Kunst lebt noch, lebt in unseren Tagen. Tatsächlich identifizierten sich die Kunsthistoriker und Gelehrten mit den Künstlern. Und in der Figur sowohl Kuglers als auch Rumor haben es nicht nur mit Kunsthistoriografen zu tun, sondern zugleich auch mit Künstlern. Und konnten daher den Bruch der Kunstgeschichte mit der ihr eigenen Geschichte nicht wahrhaben. Und wie etwa von Gemälden gesagt wird, dass in ihnen eine Handlung in einem Augenblick wie in einem Punkt zusammengedrängt sei und somit dauerhaft werde, so trachteten auch diese frühen Kunsthistoriker danach, den Moment ihrer Begegnung mit dem Kunstwerk, diesen Moment überhistorische Gültigkeit zu verschaffen. Von Rumor sagt Folgendes, für uns gibt es keine Sonnenzeit, nur Pulsschläge des Lebens. Nach diesen sollten wir unsere Zeit messen, nicht nach Sonne und Mond, sondern nach dem Auf- und Niedergange unseres Geistes, dessen Nächte oftmals lang sind. Franz Kugler hat in einer Vorlesung über die Systeme des Kirchenbaues im Jahr 1843 zweierlei zur Grundlage der Kunstgeschichte gemacht. Einmal die Vorstellung eines historischen Kontinuums der Entwicklung, das sich ungebrochen und als homogen strukturiertes Ganzes bis zur eigenen Gegenwart erstreckt. Und zum anderen die Prämisse an kulturellen und künstlerischen Zeugnissen der Vergangenheit, den Charakter ihrer Entstehungszeit abzulesen, den jeweiligen Geist der Zeiten, wie er schreibt, freizulegen. Das Paradox, das daraus resultiert, geht also davon aus, dass man am besten aus der Geschichte lernt, wenn man sie enthistorisiert, sie ihrer Bedingtheit entkleidet, ihre Struktur abstrakt herauspräpariert und durch diesen Abstraktionsprozess überhaupt erst die Übertragbarkeit auf andere historische Kontexte zu ermöglichen. Kugler schreibt, Zitat, genug, es liegt uns in der langen Folgenreihe der kirchlichen Monumente, die im Laufe von 15 Jahrhunderten entstanden sind, ein reiches Erbteil vor, dessen Benutzung nicht bloß unser Vorteil, sondern auch unsere Pflicht ist. Das ganze Geheimnis, wie wir dasselbe der Benutzung von unserer Seite zugänglich zu machen haben, beruht eben nur darin, dass wir die allgemeinen ästhetischen Prinzipien von den lokalen und historischen Besonderheiten der Erscheinung von der Weise des Zeitgeschmackes, in der sie sich ausgeprägt haben, zu unterscheiden wissen. Zitat Ende. Allgemeine ästhetische Prinzipien, der Kern also dessen, was Kunst ausmacht. Diese Überzeugung Kuglers hat weitergewirkt bis zu Alois Riegel, den eminenten Vertreter der Wiener Kunstgeschichte an der Epochenschwelle zum 20. Jahrhundert, der mit dem von ihm populär gemachten Begriff des Kunstwollens eine solche Eigendynamik und Dauerhaftigkeit der Kunst zu umschreiben versucht hat. In einem Vortrag aus dem Jahr 1898 formuliert Riegel das folgendermaßen. Zitat. So rechtfertigt sich das Zusammenbringen zeitlich und räumlich so entfernter Kunstperioden, wie es diejenigen des zweiten und des siebzehnten nachchristlichen Jahrhunderts sind. Ja, so erscheint diese universal geschichtliche Art der Betrachtung gewissermaßen als die eigentliche Krönung der kunstgeschichtlichen Forschung. Zitat Ende. Ich will und ich kann hier auch nicht auf die Geschichte der Kunstgeschichte eingehen, die bereits häufig geschrieben worden ist und die auch immer wieder neu und fortgeschrieben werden muss. Für unseren Zusammenhang aber unverzichtbar ist es darauf hinzuweisen, dass eben jener Konflikt zwischen einer Periodisierung, also der Gliederung, die stets einen Abschluss, ein Ende voraussetzt, damit ein Neuanfang folgt, dass also zwischen Periodisierung und der Annahme einer durchgängigen, andauernden Wirkkraft der Kunst, die Annahme von deren Unendlichkeit gewissermaßen, dass dieser Konflikt am Beginn des eigentlich ja noch recht jungen Faches Kunstgeschichte steht. Eine Kunstgeschichte, die sich der herkömmlichen Periodisierung entzieht, proklamiert dann tatsächlich so etwas wie eine longue durée. Damit ist der Terminus aufgerufen, den Fernand Brodel in die Geschichtswissenschaft eingebracht hat und der von einer langen Dauer ausgeht. Brodel und den um ihn versammelten Mitgliedern der sogenannten Pariser École des Annales ging es dabei um ein Verständnis der Geschichte, das sich nicht in der Aneinanderreihung von Daten und Ereignissen erschöpft, sondern das vielmehr das zusammenhängende Ganze zu fassen sucht. Brodel tat das bekanntlich in Bezug auf die Geschichte des Mittelmeerraums, für den er eine sogenannte Histoire total geschrieben hat, die Geografie, Wirtschafts- und Sozialgeschichte umfasste. Für die Kunstgeschichte kommt allerdings die Besonderheit hinzu, dass eine solche lange Dauer nicht nur in historischer Perspektive zu erzählen ist und dass sie dann irgendwann doch zu einem Ende kommt, sondern dass sie hineinreicht in die eigene Gegenwart. Der Kunsthistoriker hat stets ein Produkt der Vergangenheit vor sich, das auch heute noch gegenwärtig ist, sinnlich-ästhetisch-gegenwärtig. Das solcherart spannungsvolle Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit beschreibt eine nicht zu umgehende Positionierung der Kunstgeschichte zu ihrer jeweiligen Gegenwart und zugleich zum Vergangensein ihres präsenten Gegenstands. Endlichkeit und Unendlichkeit sind in ihm gleichermaßen bewahrt. Denn es geht hier nicht um das schiere Präsenzbewusstsein, Präsentismus nennt man das vielleicht heute, der ja auch besonders ausgeprägt ist derzeit. Die Dominanz des 20. und 21. Jahrhunderts in Lehre und Forschung ist dafür ebenso ein untrügliches Zeichen wie der eher Theorie-als-material-basierte Methodenapparat. Das droht die Historie dabei abzudrängen oder zu verflachen. Ob schon ja ihr kritisches Potenzial nicht weniger aktuell bleibt, egal wie weit zurück der Entstehungszeitraum, der die Kunstgeschichte beschäftigenden Gegenstände reicht, jedes dieser Objekte bleibt zwar unmittelbar gegenwärtig und mobilisiert doch zugleich ein historisches Wissen, das für zeitgenössische Zwecke politischer, sozialer, ästhetischer oder kultureller Natur aktiviert werden kann. Die Unendlichkeit der Kunst, ihre Zeiten und Räume durch drängende Wirkkraft, die sie nicht durch irgendwelche kunsthistorischen Ordnungsmuster fassen oder die sich durch solche Ordnungsmuster nicht fassen oder gar aufhalten lässt, eine solche Unendlichkeit der Kunst hat der Kulturwissenschaftler Abivarburg in der Figur der Pathosformel zu beschreiben versucht. Der Begriff Pathosformel umschreibt die Darstellung einer universal gültigen, räumlich und zeitlich nicht beschränkten Figuration des Gefühlsausdrucks, also Gebärden, Gestik oder Mimik, in denen die Leidenschaften in der Kunst dargestellt und damit zugleich gebändigt werden und die als Körpersprache gewissermaßen seit der Antike und bis in die Jetztzeit, also im Falle Warburgs bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts Gültigkeit besaß. Warburg hat diese Bildwanderung formelhafter Affektbeherrschung in den Tafeln seines sogenannten Bilderatlas Mnemosyne nachgezeichnet. Er war gerade in Berlin zu sehen und ist aktuell in der Bundeskunsthalle in Bonn aufgebaut. Und er ist ein wirkliches Denken in Bildern. Warburg hatte seit dem Jahrhundertbeginn bei seinen Vorträgen mit Schautafeln gearbeitet, die letztlich auf die im 19. Jahrhundert populären Bilderbögen zurückgehen. Assemblagen also, die ein Motiv in zeitlicher oder räumlicher Ausdehnung optisch-synchron entfalten. Ich zeige hier drei dieser Tafeln in der aktuellen Ausstellung, die mit dem Originalmaterial Warburgs arbeitet, das heute im Warburg-Institut der Universität London aufbewahrt wird, wohin Warburgs Bibliothek und auch sein Nachlass 1933 haben aus Hamburg emigrieren müssen. Die Arbeit an dem eigentlichen Bilderatlas, der ohne Zweifel die Summe von Warburgs Forschungen hätte darstellen sollen, setzt zwar erst Mitte der 20er Jahre ein. Gleichwohl hat Warburg einen stabilen Bestand von etwa 2000 Abbildungen von früh an immer wieder temporär zu neuen Konfigurationen zusammengestellt, dabei vom strukturellen Verfahren her ganz vergleichbar den um die Jahrhundertwende weit verbreiteten Bildatlanten, die ja Lehrinstrumente waren, die zu unterschiedlichen Themen von der Kunst bis zur Religion oder zur Naturgeschichte zur enzyklopädischen Bildlektüre einluden. Was Warburgs Bilderatlas von jenen seiner Zeitgenossen aber unterschied, ist die ihm eigene Kombinationslogik, die Kühnheit seiner Verknüpfungen. Gewidmet sind die Tafeln dem Nachleben einer nicht nur ästhetischen Antike, namentlich wie es sich in der europäischen Renaissance manifestiert, aber auch wie sie im arabischen Raum überdauerte oder noch in der eigenen Zeit, in Warburgs Zeit, Kunst und Alltag durchdringt. Sein Programm verbindet also Kunst mit Kosmologie, Magie, Anthropologie, Ethnologie, Mythologie und Psychologie, wobei Warburg das Bild stets als einen Denkraum der Besonnenheit charakterisiert hat, in dem die Distanzschaffung zur Außenwelt gelingt, die Beherrschung der Affekte und die Überwindung der Leidenschaften und damit die Behauptung des Selbst. Dabei ging Warburg, und man sieht es nachher noch auf einer, gleich auf einer anderen Tafel etwas besser, dabei ging Warburg von zeitunabhängigen und kulturübergreifenden Bildformeln aus, in denen Gefühlsladungen und ikonografische Chiffren einander überlagern. Die sogenannten Pathosformeln eben, die sich dem persönlichen wie dem kulturellen Gedächtnis einschreiben. Als kollektives Reservoir bilden Warburg zufolge diese Pathosformeln den Fundus, aus dem nicht nur die Kunst, sondern alle Bildfindungen schlechthin schöpfen. So zeigen seine im weitesten Sinne jeweils motivisch komponierten Bildsequenzen nicht nur Reproduktionen antiker Skulptur oder solche von Fresken aus dem 15. Jahrhundert, sondern auch beispielsweise arabische Planetenfigurationen, babylonische Tonlebermodelle oder Fotografien nach Gemälden von Raphael, Titian oder Rubens bis hin zu Manet, aber auch Werbeplakate, Briefmarken oder zeitgenössische Zeitungsillustrationen. Warburg ist der erste Kunsthistoriker, der einen Unterschied zwischen High und Low nicht kannte und darüber hinaus lässt sich sein konstellatives Verfahren mühelos auf jede andere außereuropäische Bildkultur anwenden. Ich zeige Ihnen von diesen Tafeln nun eine en détail, als nur ein Beispiel, die Tafel 55. Darin figuriert Édouard Manets das Frühstück im Grünen, unten in der zweiten Reihe von unten das zweite Bild von rechts und noch einmal ganz unten auch rechts, das Frühstück im Grünen, also aus dem Jahre 1863. Warburg verfolgt das Motiv der dort lagernden und sitzenden Figuren zurück in die Bildgeschichte. Zumal die Figur des zurückgelehnten Mannes erkennt er als Wiederaufnahme einer antiken Flussgottfigur, die der Kupferstecher Marc Antonio Raimondi in einem Stich nach Raffaels Entwurf im frühen 16. Jahrhundert bereits aufgegriffen hatte. Sie sehen die Gruppe unten rechts im Stich und dann auf der rechten Seite nochmal ausgeschnitten. Also eine Gruppe, die der Kupferstecher Marc Antonio Raimondi in einem Stich nach Raffaels Entwurf im frühen 16. Jahrhundert bereits aufgegriffen hatte, wobei er diese Gruppe auch wieder übernommen hat von einem antiken in der römischen Villa Medici verwahrten Sarkophagrelief. Und überhaupt verfolgt Warburg Nymphe und Flussgott sowie die Umwandlung des Sakralen in ein profanes Motiv bis in die holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Und auch Tizian und Giorgones ländliches Konzert sieht er weiter wirken in Édouard Manet, zumal in der Anordnung nackter Frauen und bekleideter Männer und darüber hinaus ganz allgemein durch das landschaftliche Motiv. Dies hier in aller Kürze nur als ein Hinweis auf Warburgs Vorstellung von der Bildmigration, von der Bilderwanderung. Warburg verdankt sich auch die neue Wortschöpfung von den automobilen Bilderfahrzeugen. Ein Begriff, unter dem derzeit ein Forschungsverbund den transkontinentalen Bilderverkehr durch die Zeiten untersucht. Bei Warburg ist dieser Verkehr der Bilderfahrzeuge noch weitgehend beschränkt auf den europäischen Raum, auch wenn er gelegentlich den arabisch-islamischen Kulturkreis mitdachte und außerdem plante, die Bildkultur der Pueblo Indianer in Arizona zu integrieren. Es geht aber in der Regel bei seinen Bildtafeln um das Weiterleben, um das Nachleben der Antike. Was uns hier aber interessieren soll, ist Warburgs Insistieren auf der strukturellen Unendlichkeit dieser Bildmigration. Warburg sieht dabei N-Gramme am Werk. Der Begriff kommt vom griechischen N hinein und Gramma in Schrift. N-Gramme also, was die Bezeichnung ist für die physiologische Spur, die eine Reizeinwirkung als dauernde strukturelle Änderung im Gehirn hinterlässt. Womit Warburg also eine biologische, eine naturwissenschaftliche These einführt, um diese Bildmigration zu erklären. Und Sie können sich denken, sie ist arg umstritten. Zudem suggeriert Warburg, als handele es sich bei den Pathosformeln gleichsam um Vorgänger der sogenannten Memes, also jener meist humoristisch gefärbten kurzen Bildbotschaften, die im Internet unendlich zirkulieren und die auf eine globale Verstehbarkeit setzen. Man mag also einer solchen Deutung des Bilder- und Motivverkehrs skeptisch gegenüberstehen. Unzweifelhaft aber belegen Warburgs Assemblagen eine evidente wechselseitige Abhängigkeit dieser Motivsequenzen, die vielleicht weniger unbewusst, also physiologisch, wie Warburg suggeriert, entstehen, als vielmehr gezielte Rückgriffe von Künstlern auf vorgängige Bildlösungen darstellen, die dann tatsächlich die Chronologie außer Kraft setzen. Es sind ja, um bei der Tafel 55 zu bleiben, bei aller zeitgebundenen Anverwandlung, also Transformation der Motive, in Manets Gemälde das 15. Jahrhundert wird mit Raphael und Marc-Antonio Raimondi genauso präsent wie das antike Sarkophagrelief aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, ohne dass das Gemälde zugleich seine Entstehung im Paris des Zweiten Kaiserreichs verleugnen würde. Das ist es, was die vielfach ausgerufenen Enden der Kunst bewusst unterläuft. Dazu gilt es übrigens auch zu bedenken, dass Kunst ja immer von Kunst kommt. Schon die Künstlerausbildung spätestens seit der frühen Neuzeit setzte stets darauf, das Handwerk durch das Studium, das Nachahmen der alten Meister zu erlernen. Deshalb sich schon allein dieser Kulturtechnik des Malens die Perpetuierung der Formen erklären ließe. Gelegentlich üben sich Maler selbst im Zeitalter eines entgrenzten Kunstbegriffs noch heute darin, wie Sie hier an diesem Beispiel aus dem Louvre sehen. Und dass sich erst in der Nachahmung der Duktus und, wenn Sie so wollen, das Geheimnis eines nachgestrebten Vorbilds verstehen lassen, lehren die zahlreichen Kopien und Anverwandlungen, etwa des Peter Paul Rubens, der Zeit seines Lebens, also nicht nur während seiner Ausbildung, nicht müde wurde, Tizian, aber auch andere Vorgänger seiner Kunst, nachzuahmen. Sich deren Werk anzueignen, es sich anzuverwandeln, gelegentlich auch, um sie zu übertreffen. Aber ganz grundsätzlich gilt es ja zu fragen, wann endet etwas und wann wird etwas historisch? Der Historiker Reinhard Koselek und der Soziologe und Gesellschaftstheoretiker Niklas Luhmann haben uns ja gelehrt, dass die Vorstellung, die sich moderne Gesellschaften von ihrer Vergangenheit machen, immer das jeweils zeitgenössische Ergebnis der eigenen Reflexion ist. Deswegen, ja, muss Geschichte stets neu geschrieben und aktualisiert werden. Und deshalb auch ist ihre Zukunft offen. Das heißt aber auch, dass die Zeitkategorien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft keinen ontologischen Charakter haben, weil sie selbst der Zeitlichkeit ausgesetzt sind. Die Relativität der Zeit, wie sie uns Koselek und Luhmann ins Gedächtnis gerufen haben, erlaubt uns zu fragen, wann beginnt Geschichte? Gab es sie vor dem Beginn der modernen Geschichtsschreibung? Wann endet Geschichte? Und wann beginnt die Gegenwart? Unsere Gegenwart beispielsweise? Beginnt die mit der Moderne? Mit der Postmoderne? Ist die Generation, die der Nächsten folgt? Eine Zäsur, ein Ende? Gibt es ein zuvor, gibt es ein danach? Und wie verhält sich die Kunst zu solchen Sequenzierungen, wo sie doch unausgesetzt präsent ist? Allerdings gilt auch, dass wenn Kunstwerke zwar immer anwesend sein mögen und sei es, dass sie als Ruine überdauern, sie nicht notwendigerweise auch fortwährend wirken. Die Tempel in Pestum etwa standen in der Region von Salerno seit dem 5. und 6. Jahrhundert vor Christus. Sie gerieten aber, obwohl sie weithin sichtbar aus der Erde ragten, lange in historische Vergessenheit. Sie wurden schlicht übersehen. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurden sie wiederentdeckt. Nicht etwa, weil sie plötzlich freigelegt worden wären, sondern weil das ästhetische Empfinden des frühen Klassizismus sie nicht nur als architekturhistorisch relevant, sondern nunmehr als ästhetisch verbindlich ansah. Der französische Architekt Jacques-Germain Soufflot fragte sich, nachdem er 1750 Pestum besucht hatte, warum die Tempel über dermaßen lange Zeit ignoriert worden waren. Und Johann Joachim Winkelmann, der als erster Deutscher die antike Stadt im Jahr 1758 besucht hatte, bemerkt, konsterniert, ist es nicht erstaunlich, dass niemand je darüber geschrieben hat. Das ist nur eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass unsere Sicht auf die Vergangenheit der Kunst auch von ästhetischer Selektion und von Geschmacksvorlieben abhängt. Dass Kunstwerke enden können, aber genauso leicht auch wieder ins Blickfeld zu treten vermögen. Ein etwas aktuelleres Beispiel für solche Prozesse der Wiederentdeckung und damit der Überwindung spezifischer Endlichkeit. Ein jüngeres Beispiel liefert die Architektur des norditalienischen Architekten Andrea Palladio, der, anders als in England, den Niederlanden oder den Vereinigten Staaten, bis vor einer Generation keine weiteren Auswirkungen auf die Architekturentwicklung in den deutschsprachigen Ländern hatte. Seine vier Bücher zur Architektur aus dem Jahr 1570 wurden schon vor Jahrhunderten ins Französische und Englische übersetzt. Eine vollständige deutsche Ausgabe erschien erst 1983, ganz erheblich befördert dadurch, dass die Postmoderne sich gleichzeitig historischer Architektur zuwandte und Palladio erst dann auch in diesem Kulturraum an Relevanz gewann. Als Beispiel zeige ich Ihnen hier die von Bruno Reichlin und Fabio Reinhardt Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entworfene Casa Tonini, die sich als zeitgemäße Interpretation von Palladios Villa Rotonda versteht. Es handelt sich mithin immer auch um ästhetische Konjunkturen, die Gegenstände über Epochen hinweg wieder aktivieren können. Auch ließe sich fragen, welcher Endpunkt jeweils gilt. Etwa bei der Rekonstruktion. Schauen wir kurz auf das Berliner Humboldt-Forum, das ja jüngst als Rekonstruktion des Berliner Schlosses entstanden und gerade zum Teil wenigstens eröffnet worden ist. Das Hohenzollern-Schloss war im Zweiten Weltkrieg bekanntlich teils zerstört und 1950 dann von der damaligen DDR-Regierung komplett abgerissen worden. In der Öffentlichkeit ist ein heftiger Streit und auch ein anhaltender darüber entbrannt, wie und was nun rekonstruiert wird. Einmal ganz grundsätzlich soll man überhaupt ein solches Schloss rekonstruieren und dann aber auch ein Streit darüber, ob die ursprüngliche Version des Architekten Andreas Schlüter von 1699 rekonstruiert werden solle oder doch auch die späteren Um- und Ergänzungsbauten, wie etwa die zentrale Kuppel von Friedrich August Stühler aus den Jahren 1845 bis 1853. Welcher Zustand des Schlosses ist nun gemeint? Wann hat dieses Schloss vermeintlich rekonstruierbare Geschichtlichkeit erlangt? Wann ist dieser Bau endlich geworden, um in diesem Zustand eingefroren und stillgestellt zu werden? Und warum übrigens hat man die Geschichte dieses Ortes rückwirkend verkürzt? Indem man den an die Stelle des Schlosses getretenen Palast der Republik, den Prestigebau der DDR, wiederum auch komplett abgerissen hat, als symbolisch definitives Ende der DDR. Sie sehen, von Endlichkeit und Unendlichkeit ist die Kunstgeschichte immer wieder umgetrieben. Das betrifft nach wie vor zunächst und vor allem die epochale Sequenzierung. Nehmen wir den Barock, über den wir aktuell in einem Seminar hier an der Universität Basel gemeinsam nachdenken. Da findet sich in allen Nachschlagewerken die zeitliche Eingrenzung, die vom Ende des 16. Jahrhunderts bis um etwa 1760, 1770 reicht. Der vielleicht einflussreichste Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts, Erwin Panofsky, hat aber in einem Aufsatz, Was ist Barock? unter dem Titel Was ist Barock? aus dem Jahre 1934, diese Stilepoche schlicht der Renaissance zugeordnet. Sie also nach hinten verlängert und zugleich nach vorne ausgedehnt. Das etwas längere Zitat hierzu lautet wie folgt. So Panofsky. Zusammenfassend gesagt ist der Barock nicht der Niedergang, geschweige denn das Ende dessen, was wir Renaissance-Zeitalter nennen. In Wirklichkeit ist er der zweite große Höhepunkt dieser Epoche und gleichzeitig der Beginn eines vierten Zeitalters, das Moderne mit großem M genannt werden kann. Dieser Barock, so Panofsky weiter, ist die einzige Phase der Renaissance-Kultur, in der diese ihre inneren Widersprüche überwand, nicht indem sie sie einfach ausklettete, sondern indem sie sie bewusst erfasste und in eine subjektive, emotionale Energie umwandelte, mit allen Konsequenzen dieser Subjektivierung. Die Renaissance, wenn man sie neben Antike und Mittelalter als eine der drei Hauptepochen der menschlichen Geschichte begreift und wenn man sie definiert als die Epoche, die Mensch und Natur interessanter als Gott hatte werden lassen, wenn man sie so definiert, dann dauerte sie viel länger als bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, so Panofsky. Sie wehrte in etwa bis zu der Zeit, als Goethe starb, also 1832, und die ersten Eisenbahnen und Industrieanlagen gebaut wurden. Denn erst zu diesem Zeitpunkt waren Mensch und Natur dazu verdammt weniger interessant und wichtig, als die Anti-Human, wieder menschlichen und wieder natürlichen Antinatural Kräfte zu werden, die unsere eigene Epoche zu bestimmen scheinen, so Panofsky, die Kräfte von Massen und Maschinen und von denen wir noch nicht wissen, ob sie Manifestationen eines unbekannten Gottes oder eines unbekannten Teufels sind. Der Aufstieg dieser neuen Kräfte, nicht die Bewegung des Barock, bedeutet das wahre Ende der Renaissance und zugleich den Beginn unserer eigenen geschichtlichen Epoche, eine Epoche, die noch immer um einen Ausdruck sowohl im Leben wie in der Kunst ringt und die ihren Namen erhalten und beurteilen wird und beurteilt werden wird von den kommenden Generationen, vorausgesetzt, sie setzt nicht allen kommenden Generationen ein Ende. Zitat Ende. Wohlgemerkt, Panofsky schreibt das 1934. Er war gerade der Nazi-Diktatur in die USA entflohen und formuliert hier beklemmend weitsichtig deren fatale Konsequenz, das zivilisatorische Ende. Zum eigentlichen Charakteristikum, der von ihm solcher Art entgrenzten Epoche der Renaissance, die er sozusagen also mit dem Barock zusammendenkt und die er bis ins frühe 19. Jahrhundert reichen lässt, zum eigentlichen Charakteristikum macht er den Subjektivismus, der somit auch erklären würde, dass ein Architekt wie Francesco Borromini, ich zeige hier San Carlo alle Quattro Fontane, sich als legitimer Erbe Michelangelos begreifen konnte, wenngleich deren beide Architekturen auf den ersten Blick so wenig Analogien aufweisen. Dem antiken Formenkanon der Säulenordnungen sind beide Künstler verpflichtet. Borromini freilich dynamisiert seine Fassade in konvexen und konkaven Schwüngen und belebt sie dadurch und schreibt dadurch auch seine schöpferische Individualität gleichsam physisch in das Bauwerk ein. Uns sollen aber nicht diese subjektiven Emanationen der Form interessieren, sondern das genuin kunsthistorische Geschichtsbild, das Panowski entwirft. Wie für seinen frühen Mentor Abbi Warburg galt auch für Panowski das Paradigma Antike und die Renaissance als deren Manifestes Nachleben. In seinem Buch Die Renaissance der europäischen Kunst, Renaissance and Renaissance, heißt es im Englischen, aus dem Jahr 1960, folgt Panowski dem Prinzip der Disjunktion, also des Entweder-Oder. Und dieses verbindet sich mit einem Ende und einem Anfang. An der Existenz einer epochalen Zäsur zwischen Mittelalter und früher Neuzeit hatte Panowski niemals Zweifel. Zwar entwirft er in seinem Buch durchaus das Bild einer zyklisch wiederkehrenden Auflebung antiker Elemente und Motive. Ich zeige Ihnen hier etwa als Beispiel die Torhalle in Lorsch aus dem 8. Jahrhundert, in der Motive und auch Strukturen des antiken Triumphbogens eingegangen sind. Oder ich zeige Ihnen rechts die Heimsuchungsgruppe aus der Kathedrale von Reims, in deren Frauenfiguren sich hier, vor allem auch in der Behandlung dieser Umhänge und des Faltenwerks, sich also unzweifelhaft antike Einflüsse bemerkbar machen. Also solche zyklisch auftretenden Elemente antiker Motive, die erwähnt Panowski durchaus. Aber er folgt doch einem teleologischen Prinzip, einer Zielstrebigkeit des Geschichtsverlaufs, weshalb bei ihm immer wieder auch ein progressistisches Muster durchflegt. 1927 war Panowskis Untersuchung die Perspektive als symbolische Form erschienen. Ich zeige Ihnen hier Francesco di Giorgio Martini zugeschrieben, ein ideales Stadtbild. Das stammt aus der Berliner Gemäldegalerie und es stammt auf jeden Fall aus dem Herzogspalast von Urbino. Und das ist gewissermaßen sozusagen die Inkunabel einer ganz auf die Zentralperspektive hin konstruierten Bildtafel. Panowskis Untersuchung die Perspektive als symbolische Form ist 1927 erschienen. Und dieses von der Zentralperspektive behauptete Ordnungsprinzip hat fortan das Leitmotiv seines Kunstgeschichtsdenkens beherrscht. Weil sie den einheitlichen Raum schuf, das heißt, weil sie ihn konstruierte, sprach Panowski der Renaissance den beherrschenden Rang eines Fluchtpunktes zu, auf den alle sinnvollen geschichtlichen Ereignisse zulaufen mussten. Anders als im Mittelalter herrschten nun berechenbare Verhältnisse. Und verglichen damit waren die beiden mittelalterlichen Renaissanceen, die karolingische, auch das 12. Jahrhundert, bloße Inkubationszeit, in ihrer Wirkung also begrenzt und nur vorübergehend, endlich also. Die Renaissance aber, so Panowski, war vollständig und dauerhaft. Entscheidend wirkte daran mit das historisierende Distanzerlebnis, das Panowski zufolge dem Mittelalter fremd war. Er schreibt, die Renaissance erst wurde sich gewahr, dass Pan tot ist. Die antike Vergangenheit wurde zum ersten Mal als eine von der Gegenwart abgeschnittene Totalität wahrgenommen und als in dieser Form ersehntes Ideal betrachtet statt als eine gefürchtete Wirklichkeit. Gegenstand der sehnsüchtigen Vision der Renaissance war also ein Leichnam, schön und fern zugleich. Schon die Unterwerfungsformel Winkelmanns lautete ja, der einzige Weg für uns groß. Ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten. Zitat Ende. Etwas von diesem Paradoxon ist auch in Panowskis Geschichtsbild eingegangen. Wir gewinnen nur, wenn wir uns an die Antike verlieren. Und erst mit Goethes Tod, mit dem aufkommenden Industriezeitalter, sieht Panowski diesen Prozess an sein Ende gekommen. Mit der Betonung des Subjektivismus, der Selbstgewahrwerdung und der Selbstbestimmung des Menschen gibt sich Panowskis Renaissance-Bild natürlich als maßgeblich geprägt von Jakob Burkats Versuch über die Kultur der Renaissance in Italien aus dem Jahre 1860 zu erkennen. Eines der wenigen Sachbücher übrigens, denen das Privileg zukommt, auch über 150 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen nach wie vor gelesen zu werden. Und das, obwohl Burkats Renaissance-Mythos, zumal jener von der Neuerfindung des Menschen, länger schon in Frage gestellt oder sogar verworfen worden ist. Und ich erlaube mir hier ganz kurz den Hinweis auf den in diesen Tagen gerade erschienenen Ereignisband der Basler Jakob Burkatt-Tagung aus Anlass der Wiederkehr von dessen 200. Geburtstag mit einer Schar illustrer Kolleginnen und Kollegen, die Burkats Werk einer kritischen Neuwürdigung zuführen. Derjenige aber, der sich Burkatt zuerst in den Weg gestellt hat, bei aller Bewunderung, war der niederländische Historiker Johann Huysinger. Dessen 1919 erschienene Studie über die Lebens- und Gedankenformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Niederlanden, die er mit dem literarisierenden Titel Herbst des Mittelalters versehen hat, ist eine Art Pendant und zugleich Gegenentwurf zu Burkats Versuch über die Renaissance. Während der Basler Historiker den italienischen Humanismus und zumal die von ihm darin erkannte Ausbildung des Individuums zu Parametern des modernen Menschen erklärt hatte, schilderte seinem südholländischen Leiden wirkender Kollege das burgundische Spätmittelalter als elegische Dekadenzphase und insistierte darauf, dass die Epochengrenze weit weniger scharf konturiert verläuft, als es die Rede von der alles von Grund auf revolutionierenden Renaissance suggeriert. Ursprünglich hatte der Titel von Huysingers Buch lauten sollen im Spiegel von Van Eyck. Sein Auslöser war die 1902 in Brügge gezeigte legendäre Ausstellung Les Primitifs Flamants à Bruges, die auf seinen Autor offenbar einen unauslöschlichen Eindruck gemacht hat. Und so sind bildende Kunst und Literatur der bevorzugte Gegenstand von Hütsingers Buch, der Politik, Wirtschaft und Sozialgeschichte fast völlig ausgeblendet lässt, obwohl er als Historiker schreibt. Er stellt Jakob Burkats emphatischer Beschwörung des Italiens der Renaissance ein nur langsam ausklingendes nordwestliches Mittelalter gegenüber und entwirft eine Kulturgeschichte in der Ritterideal, höfische Liebesformen, Schönheitssehnsucht, Religion und Mystik die Intensität des Lebens insgesamt zuletzter schwüler Blüte treiben, dabei aber innerlich ausgehöhlt und entleert in sich schon den Kern des Verderbens und des Absterbens tragen, ohne aber wirklich zu vergehen. In 22 Tableaus entfaltet Hütsinger das mitreißende Panorama einer Epoche, die in Wort und Bild, in Spiel und Fiktionen, also in künstlerischen Formen aus der Wirklichkeit flieht. Und darin liegt eine der Pointen des Buches, gerade im vermeintlichen Realismus, etwa der Malerei der Van Eycks, recht eigentlich Lebensverleugnung betreibt. Die Vereinnahmung Jan Van Eycks und seiner Zeitgenossen für dieses nördliche Finale des Mittelalters und der höfischen Kultur wendet sich ganz bewusst gegen die Fortschreibung der Renaissance als epochale Zäsur, bei welcher bekanntlich der flämischen Malerschule von der Kunstgeschichte immer eine kapitale Rolle zugeschrieben worden ist. Hütsinger sieht den flämisch-burgundischen Herbst tatsächlich reichen bis in die Epoche der Aufklärung. Der Dekadenztheorie Hütsingers ist die Kunstgeschichte nie wirklich gefolgt. Im Gegenteil. Erwin Panofsky etwa hat noch mit seiner Studie Early Netherlandish Painting von 1953 versucht, den Naturalismus der Brügger Maler, deren faktische Diesseitigkeit, mit dem tradierten symbolischen Gehalt dem religiösen zu versöhnen. Dazu schuf er den folgenreichen Begriff des Disguised Symbolism, also der verhüllten Symbolik, der fortan der ökonologischen Denkschule zur methodischen Anweisung gedient hat und brachte damit Hütsinger natürlich um dessen entscheidendes Argument, nämlich im Niedergang der Symbolkraft, den Grund für die üppige Wucherung der Formen zu erkennen und erbracht ihn auch darum, im Realismus kein Monopol der Renaissance zu sehen. Tatsächlich aber hatte Hütsinger gegen die junge Kunstgeschichte wohl von Anbeginn keine Chancen. Der überhitzte Renaissance-Kult, der durch Nietzsches Rezeption von Jakob Burkhardt, zumal das Bürgertum an der Jahrhundertwende um 1900 regelrecht kontaminiert hatte und gegen den Hütsingers Buch sich wie ein wirkliches Antidot liest, dieser Renaissance-Sismus ließ eine solche Einherbstung der Neuzeiteuphorie nicht zu. Und die Kunstgeschichte, zumal die deutschsprachige, ist dieser Haltung weitgehend gefolgt. Mit der Errichtung zweier kunsthistorischer Forschungsinstitute in Florenz und Rom am Beginn des 20. Jahrhunderts schuf sie gleichsam Außenstationen der eigenen renaissance-istischen Selbstvergewisserung. Aber auch in der Folge hat der Renaissance-Humanismus als heuristische Matrix gedient. In Panowskis erwähnten rasch kanonisch gewordenen Buch über die Renaissanceen der europäischen Kunst figuriert Hüsingers Werk nicht einmal in der Bibliografie. Dass die Renaissance aber schwerlich ein brauchbarer Terminus sei, hat Hüsinger in einem 1920 verfassten Aufsatz das Problem der Renaissance versucht seinem Buch unmittelbar nachzutragen. Das Buch Herbst des Mittelalters war 1919 erschienen. Tatsächlich liest sich dieser Aufsatz gemeinsam mit einem weiteren über Renaissance und Realismus wie ein notwendiges Addendum zum Herbst des Mittelalters. Es sind gleichsam diese beiden Aufsätze dessen Schlusskapitel. Für Hüsinger, dessen Gedanken um Kontinuität und Diskontinuität kreisten, stellte auch die Renaissance nicht mehr dar als eine transitorische Phase, die kaum in einem eigenen Recht stünde. Brüche, Schnitte verliefen auch zwischen ihr hindurch, genauso wie sich mittelalterliche Traditionen hielten. Als wirkliche Zäsur hat Hüsinger, wenn überhaupt, wie schon erwähnt, die Aufklärung betrachtet. Das widersetzt sich der Zyklen-Theorie Oswald Spenglers und es korrespondiert eben auffällig mit dem Primat der Langue Durée der Pariser Analschule, mit der Hüsinger übrigens zeitweise auch in engerer Beziehung stand. Und es bestätigt die Aktualität seines Buches, dass heute Epochengrenzen, zumal zwischen Mittelalter und Renaissance auch von der kunsthistorischen Forschung längst hartnäckig perforiert worden sind. Noch drastischer hat er in seinem Aufsatz das Problem der Renaissance aus dem Jahr 1920 dieses Problem skizziert. In einem dem Essay vorgeschalteten Dialog zwischen einem Träumer und einem Frager schreibt er, Zitat, wenn das Wort Renaissance ertönt, sieht der Träumer vergangener Schönheit Purpur und Gold. Eine festliche Welt, sich badend in milder Klarheit. Menschen bewegen sich in Anmut und Würde, unbekümmert um die Nöte der Zeit und das Winken der Ewigkeit. Alles ist reif und voller Überfluss. Die Renaissance ist ganz und in allem positiv und zweifellos ist sie in C-Dur gesetzt. Die Renaissance ist das Aufkommen des Individualismus, das Erwachen des Schönheitsdranges, der Triumphzug von Weltlust, die Erneuerung der heidnischen Lebensfreude. So der Träumer. Dem entgegnet Huesinger in der Rolle des Fragers. Eure Renaissance ist ein Proteus, also der wandlungsfähige Gott der griechischen Mythologie. Eure Renaissance ist ein Proteus. Über alle Fragen, die sie berühren, seid ihr uneins. Wann sie angefangen habe, wann sie endigte, ob die Antike ihre Ursache gewesen sei oder bloß eine Begleiterscheinung, ob man Renaissance von Humanismus trennen könne oder nicht. Weder in der Zeit noch in der Ausdehnung, weder nach dem Inhalt noch nach der Bedeutung steht der Begriff der Renaissance fest. Er leidet an Verschwommenheit, Unvollständigkeit und Zufälligkeit und er ist doch gleichzeitig eine gefährliche doktrinäre Schematisierung. Er ist, so Hüsinger abschließend, schwerlich ein brauchbarer Terminus. In den Werken der bildenden Kunst sah Hüsinger den angeblich definitiven Bruch der Renaissance mit dem Mittelalter nur oberflächlich sich vollziehen. Denn genau gesehen, schreibt er, betrifft dies alles einzig die Qualität und nicht die Grundlagen der Kunst selbst. Hierin ist die Kontinuität viel größer, als man sich gewöhnlich bewusst sei, so Hüsinger. Das ist ein fernes Echo auf Franz Kugler. Hüsingers Verabschiedung des Renaissancebegriffs und seine Ausdehnung des herbstlichen Mittelalters bis in das Zeitalter der Aufklärung korrespondiert im Gestus mit Panofskys Entgrenzung der Renaissance weit über den Barock hinaus bis an den Beginn des Maschinenzeitalters. Es sind in beiden Fällen Setzungen. Aber so sehr sie letztlich beide doch auch eine Endlichkeit markieren, so sehr ist ihnen Panofsky wie Hüsinger doch an der genuinen Unendlichkeit der künstlerischen Form, an der Unabschließbarkeit des künstlerischen Prozesses gelegen. Es ist ja nicht die Kunst, die gleichsam an sich selbst stirbt, sondern es sind äußere Bedingungen, die aus beider Sicht deren Ende jeweils bewirken. Das Auseinandertriften von christlichem Glauben und symbolischer Form bei Hüsinger am Ende des 18. Jahrhunderts und die Ersetzbarkeit des Menschen durch die Maschine bei Panofsky. Tatsächlich hat die Kunst auch nicht geendet. Schon gar nicht nach Hegels Diktum von deren Ende. Das hat nicht nur den Beginn von deren nachträglicher Beschreibung befördert, sondern sie ist dadurch vielmehr befreit worden, frei von der Verpflichtung auf Religion und Philosophie, frei von der Pflicht, das Wahre, Schöne und Gute zu repräsentieren. Sie hat so letztlich zu sich selbst gefunden und der immense Haushalt der Kunst hat nicht aufgehört, sich durch Räume und Zeiten zu verselbstständigen und sich solcher Art zu selbst verständigen. Nur so, denke ich, erklärt sich, dass einer der Protagonisten von Huizingas Herbst, Jehan oder Jean Fouquet, ich zeige hier die Madonna aus dem Melan Diptychon, nur so erklärt sich, dass Jean Fouquet, der Fruizinga der lebendigste Ausdruck der gefährlichen Annäherung zwischen religiösem und erotischem war, welche den Keim des Endes in die burgundische Kultur einpflanzte, dass sich dieser Jean Fouquet über ein halbes Jahrtausend später so mühelos mit der amerikanischen Konzeptkünstlerin Cindy Sherman verständigt und versteht, die sich in einer ihrer kunsthistorischen Anverwandlungen hier in die Rolle seiner Maria Lactans begeben hat. Wenn der Herbst des Mittelalters die Kunst erst richtig freigesetzt hat, dann kann man sich nur wünschen, dass er anhalte, dass er nicht enden möge. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. für Ihre Aufmerksamkeit. Danke